Cyberpunk 2077 ist ein Meisterwerk, aber es hat definitiv auch seine Fehler und seine Probleme, also es ist nicht perfekt. Wenn euch interessiert, warum und wie mein erster Eindruck nach dem Prolog ist, bleibt doch gerne dran. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck zu Cyberpunk 2077 nach dem Prolog. Ich habe jetzt die ganze Nacht über gespielt nach dem Release, habe 6,5 Stunden durch den Prolog gebraucht, bin dann noch ein bisschen in der Open World rumgelaufen, habe mir ein bisschen was angeschaut, offstream dann und habe dann ausgemacht, 4 Stunden geschlafen und jetzt nehme ich dieses Video auf. Also entschuldigt, wenn das vielleicht nicht ganz so rund ist wie sonst, aber ich wollte euch ungefiltert meinen ersten Eindruck von meinem ersten Run durch den Prolog als Corpo gleich mal mitteilen. Starten wir doch direkt rein. Ich finde Cyberpunk 2077 ist ein Meisterwerk, das man definitiv nicht verpassen sollte. Also ich glaube, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber es ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auf keinen Fall das perfekte Spiel, das glaube ich sehr viele erwartet haben nach so langer Produktionszeit. Fangen wir doch erstmal damit an, was es alles gut und richtig macht. Die Story ist der Wahnsinn. Also die Story ist einfach nur richtig gut geschrieben, richtig gut erzählt, zieht einen komplett in seinen Bann. Gerade durch die First Person hat es mich richtig geflasht. Also ich war wirklich von Anfang des Prologs bis zum Ende des Prologs ständig unter Strom. Es hat mich auch da schon jetzt, einfach nur in diesen 6,5 Stunden Prolog, hat es mich an so vielen Stellen wirklich einfach meine Gefühle gepackt und mich mitgerissen. Sei es Freude, sei es Trauer, sei es Angst, sei es Excitement, also Aufregung, Spannung. Es ist alles mit dabei und alles funktioniert so, so gut. Also wirklich richtig gut. Selten ein Spiel gehabt, das mich emotional so mitreißt wie Cyberpunk. Das ist für mich das, was am allermeisten raussticht und was Cyberpunk für mich schon auf ein komplett anderes Level als die meisten Spiele, die ich gespielt habe, hebt. Das ist für mich wirklich das, was am meisten heraussticht. Die Open World ist klasse. Sie ist riesig, also wirklich riesig. Night City ist total beeindruckend und das auf meinem alten System, das jetzt zwei Jahre alt ist. Also ich habe auf dem PC gespielt, i7, 8700K, habe 32 GB RAM und habe eine 1080 Ti. Also kein RTX, keine wirklich guten Grafiken. Ihr werdet jetzt am Gameplay im Hintergrund sehen, das auch übrigens natürlich komplett spoilerfrei ist. Also ich halte mich da an die Szenen, die wir aus den Trailern schon kennen. Ich habe angefangen zu spielen und habe meine Grafiksettings nicht umgestellt, weil ich dachte, das Spiel bietet mir schon gleich Grafiksettings an, die meiner Hardware entsprechend sind. Wie ich dann jetzt im Nachhinein, als ich dann den Stream ausgemacht habe und noch ein bisschen durch die Open World gelaufen bin und auch erstmal meine Settings so richtig angeschaut habe, gemerkt habe, ist, dass das Spiel alles automatisch auf Ultra gestellt hat, was natürlich bei meiner Grafikkarte schwierig ist. Dementsprechend müsste das Gameplay, das ihr jetzt im Hintergrund seht, vom Prolog auch ziemlich ruckelig ausschauen, weil ich glaube, meine Frames waren ziemlich weit im Keller. Denn selbst wenn ich auf mittlere Einstellungen stelle und teilweise auch noch Schatten deaktiviere, komme ich auf 50 bis 60 Frames, wenn es gut läuft. Also da ist definitiv das Spiel extrem Hardware hungrig. Das Game sieht jetzt immer noch gut aus auf mittleren Settings, aber es sieht nicht mehr so gut aus, wie ich es davor gespielt habe auf Ultra. Wobei es selbst bei mir auf Ultra nicht so gut aussah wie in den Trailern. Dazu braucht man halt einfach wirklich High-End-Hardware auf dem neuesten Stand. Da kommt man einfach nicht drum rum. Wenn man das erwartet, was man in den Trailern gesehen hat, muss man Geld in die Hand nehmen. Und das ist auch eines der größeren Probleme, glaube ich, dass gerade ganz viele Leute haben, die auf den Konsolen spielen. Gerade auf der Playstation, glaube ich, macht es arge Probleme. Zumindest sind da die Texturen ziemlich komisch. Teilweise sehr, sehr... Also sehen einfach aus wie nicht geladene Texturen. Keine Ahnung, ob das ein Problem der Playstation Pro ist. Ich habe meine Playstation-Version noch nicht. Das heißt, ich konnte das noch gar nicht testen. Aber da scheint es noch größere Probleme zu geben. Ich habe bis jetzt auch noch kein offizielles Statement von CDPR gehört. Ob das so gedacht ist oder ob das einfach aufgrund der Hardware ist oder nicht. Denk auf der Xbox ist es nicht ganz so krass, was ich mitbekommen habe. Aber darüber werde ich separat nochmal ein Video machen und euch informieren, wie da der aktuelle Stand ist. Ob da irgendwas gepatcht wird. Ob ihr irgendwas an den Einstellungen ändern könnt, damit das besser funktioniert. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne mit einem Abo mit dabei. Dann erfahrt ihr es hier auf dem Kanal. Auf jeden Fall. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Aber nochmal zurück zu dem, was Cyberpunk wirklich gut macht. Also Story, wie ich schon erwähnt habe. Die Charaktere sind Wahnsinn. Sind richtig, richtig gut geschrieben. Klar, gehört auch mit zur Story und auch zur Emotion und zu dem Gefühl, reingezogen zu werden in die Story. Dazu braucht es gute Charaktere. Und wir kennen es von The Witcher und es ist hier nicht anders. Die Charaktere sind der Hammer. Also wirklich richtig gut. Und dann komme ich zu meinem nächsten sehr positiven Punkt, über den ich wahnsinnig überrascht bin. Also wirklich richtig ehrlich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, die deutsche Synchro. Die deutsche Synchro ist für mich immer, seitdem ich YouTube mache, ein Dorn im Auge, weil sie einfach häufig leider nicht so gut ist, wie das englische Original. Also Emotionen kommen normalerweise bei der deutschen Synchro nicht gut rüber. Die Lippensynchronität ist meistens nicht da. Also es hat einfach so viele Probleme, die mich persönlich rausreißen und mich eher nerven und stören. Ich glaube, jeder, der gerne im O-Ton spielt, versteht das und kann das nachvollziehen. Und das war für mich wirklich einer der Faktoren, wo ich dachte, boah, das kann das ganze Spiel kaputt machen. Und sie haben es wirklich angepriesen, dass es gut sein soll und anders und besser sein soll als sonst. Und ich kann es nur bestätigen, es ist wirklich richtig gut. Und nicht nur die Lippensynchronität ist dank Jali, dank der Software, die da benutzt wird, wirklich richtig gut. Und das hilft wahnsinnig viel, wenn man einem Charakter ins Gesicht schaut, der vor einem steht und einen anbrüllt. Und dann passt die Lippensynchronität. Das ist richtig klasse. Sondern aber, was auch wirklich heraussticht, ist, wie gesagt, die Gesichtsanimationen, also die Emotionen, die sich im Gesicht der Person widerspiegeln, aber auch, wie es auf Deutsch geschrieben und übersetzt ist. Auch das ist richtig gut. Da wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Da wurde ordentlich übersetzt. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil ich die Englischen nicht gespielt habe. Zum Teil aus den Trailern kann ich es wiedergeben. Da stimmt das, was im Trailer gesagt wurde, auf Englisch. Dann auch auf Deutsch überein. Also es ist wirklich gut. Ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und das hat für mich sehr viel auch dazu beigetragen, dass mich das Spiel so gefesselt hat. Also da wirklich Props an CDPR. Das war ein Punkt, bei dem ich wirklich skeptisch war und bei dem ich null enttäuscht wurde. Das fand ich richtig gut. Wie gesagt, die Open World ist klasse. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit der Dichte der NPCs. Da sind viele Leute unterwegs. Es gibt Viertel, da ist weniger los. Es gibt Viertel, da ist mehr los. Klar, in einem Industriegebiet laufen einfach nicht so viele Leute rum. Und trotzdem ist es cool. Es macht Spaß, die Stadt zu erkunden. Es macht Spaß, einfach nur zu Fuß rumzulaufen. Das Fahrverhalten meines ersten Autos, das ich gespielt habe, ist mit Maus und Tastatur schwierig. Am Anfang, man kommt aber rein. First Person katastrophal. Aber ich hatte mir auch meinen Controller zusätzlich noch angeschlossen, den ich dann benutzt habe, wenn ich praktisch mit dem Auto gefahren bin. Und damit war es vollkommen in Ordnung. Und ansonsten hatte ich auch zwischendurch mal zwei, drei andere Autos und die fahren sich definitiv anders. Und auch einen Sportwagen, der sich deutlich besser gefahren hat. Also auch da von mir keine Probleme. Fand ich gut. Gunplay war bei mir, wie gesagt, dadurch, dass ich im Prolog wahrscheinlich echt wenig Frames hatte, sehr komisch und gewöhnungsbedürftig. Ich zeige euch gleich auch ein bisschen Gameplay hier im Hintergrund. Als ich da meine Settings umgestellt habe und in der Open World rumgelaufen bin und ein bisschen gegen ein paar Gangs gekämpft habe, so Polizeieinsätze gemacht habe und Gangster zur Strecke gebracht habe, da lief das alles deutlich besser. Also deutlich besser und hat auch überhaupt, also für mich keine Probleme mehr gehabt. So kann das Gunplay auf jeden Fall sein. Und so ist es fein für mich. Das war im Prolog ein bisschen anders. Da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Aber wenn man ordentlich Frames hat, ausreichend zumindest für einen Shooter, sollte das kein Problem sein. Allerdings, wo ich etwas erstaunt war, dass es schlechter war oder weniger war, als ich erwartet hatte oder meine Erwartungen einfach nicht erfüllt hat, war das Hacken. Also ich spiele eher als Corpo und wollte mich spezialisieren oder will mich immer noch spezialisieren auf einerseits Stärke, also Waffen, ein bisschen Cyberware. Und das Hacken. Und das Hacken ist tatsächlich am Anfang extrem rudimentär. Und es fühlt sich dadurch halt auch sehr nutzlos an, weil man nicht wirklich viel machen kann, außer halt vielleicht mal einen Gegner blenden, was dann aber nicht lange hält oder einen Gegner irgendwie einen Kurzschluss verpassen, was auch jetzt nicht so dramatische Auswirkungen hat. Also bis man dann letzten Endes dazu kommt, auf den Gegner auch zu schießen, ist eigentlich der Effekt schon wieder vorbei. Und das ist halt einfach, weil das Hacken halt am Anfang so wenig ausgebaut ist. Und hier und da mal eine Kamera hacken, bringt es halt nicht wirklich. Die Ablenkung ist auch, ja, nett, aber da stehen meistens drei, vier, fünf, sechs, sieben Gegner rum, wenn du einen oder zwei ablenkst und dann aus deiner Deckung rauskommst, bringt es auch nicht viel. Insofern, da freue ich mich drauf, wenn ich das ein bisschen mehr gelevelt habe. Dann glaube ich, wird es deutlich potenter und effizienter und interessanter dadurch auch. Also ich habe gemerkt, dass ich bei den Gunfights eigentlich immer dazu tentiert habe, am Anfang vielleicht einen Hack zu machen und dann einfach zu ballern. Das war so meine Herangehensweise, einfach weil das Hacken nicht effizient war und effektiv war, fand ich. Kann auch sein, dass ich auch einfach ein Plepp bin, wenn es ums Hacken geht. Das ist auch tatsächlich also eine Sache, die sehr komplex werden kann. Insofern auch eine Sache, glaube ich, mit der man sich ein bisschen beschäftigen muss, um da richtig durchzusteigen und das Ganze auch effektiv dann einzusetzen. Kann auch daran liegen, aber ich schiebe es jetzt mal auf, meinen schlecht ausgebauten Charakter am Anfang des Spiels. Ansonsten muss ich sagen, Cyberpunk ist definitiv ein Spiel, trotz der Probleme, und dann kommen wir nochmal auf die Probleme kurz zu sprechen, ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Probleme sind noch, die ich hatte. Also ich hatte null Abstürze. Ich habe allerdings gemerkt, dass auf der Playstation und auf den Konsolen hier und da Abstürze passieren können. Durchaus. Es gibt allerdings irgendwie ständig Save Points, auch wenn man zwischendurch einfach selber speichert. War jetzt genau an der Stelle, egal ob man in einer Mission ist oder nicht. Und man kommt auch genau an der Stelle wieder raus. War zumindest auf dem PC so. Ich schätze mal, dass das auf den Konsolen auch so ist. Was ich allerdings oft hatte, ist kleine Glitches. Also mein Auto stand mal in der Luft, statt auf dem Parkplatz auf dem Boden zu stehen. Ganz viele NPCs haben ein Handy in der Hand oder rauchen eine Zigarette, aber das Handy und die Zigarette ist nicht da. Oder andersrum, haben die Hände in den Taschen und das Handy steckt so in der Brust drin, weil sie es so, oder halt im Bauch eigentlich, weil sie es halt so vor sich halten würden, aber die Animation gerade nicht da ist. Manchmal schwebt irgendwie eine Waffe in der Luft und da ist keine Person oder so. Oder es sind irgendwelche Items liegen auf dem Boden, die als Loot gekennzeichnet sind und man kann sie nicht aufheben, weil sie von irgendwas blockiert werden. Also irgendeinem Karton, der drüber liegt oder so. Totaler Blödsinn und kann einen kurz verwirren, aber es sind alles Sachen, wo ich sage, am Ende des Tages interessiert es mich nicht. Also das solltet ihr auf jeden Fall wissen, wenn ihr da jemand seid, der da extrem viel Wert drauf legt, dass das alles super polished ist. Das ist es nicht. Das kann ich euch gleich sagen. Cyberpunk ist nicht super polished. Es ist ein Game, das Spaß macht. Es ist ein Game, das sich in seinen Bann zieht mit der Story. Ich habe es auch bei mir im Stream gemerkt, als ich den Prolog gespielt habe. die Leute gerade so zum Ende des Prologs hin, wo es richtig, richtig hart an Fahrt aufnimmt. Ich habe gemerkt, der ganze Chat war still und als es dann vorbei war, alle so, wow, was war das denn? Also es war wirklich, man wird so komplett in den Bann des Spiels gezogen und es reißt einen so krass mit. Eine Sache, die einerseits gleichzeitig cool und andererseits schlecht ist, ist der Loot, finde ich. Es gibt so viel zu looten, das war dann teilweise schon an einem Punkt, wo ich genervt davon war, wie viel Zeug ich einsammeln kann. Und natürlich ist es wieder so, wenn man zu viel einsammelt und zu viel Gewicht mit sich rumträgt, dass man dann nicht mehr laufen kann. Ich hasse diese Mechanik. Aber sie ist hier auch wieder vorhanden. Insofern habe ich auch gleich mal meinen Rucksack ausgebaut, dass ich mehr tragen kann sozusagen, meine Stärke ausgebaut. Aber diese Mechanik ist wieder da und es gibt halt so viel Zeug, das man aufsammeln kann und das ist halt so viel Müll auch dabei, den man nicht braucht. Also ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich sage, weg, 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 verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen auch eine ganz wichtige Sache, denn Eddies, also die Währung im Spiel, ist super rar. Also ich spiele jetzt sieben oder acht Stunden und ich habe fast keine Kohle. Ich kann mir damit nichts kaufen. Das ist also richtig krass. Mit dem Geld müsst ihr wirklich haushalten und alles kostet euch Geld, was natürlich gut ist. Das macht es halt sehr wertvoll und das macht diesen Loot letzten Endes auch wieder wertvoll, den man da aufsammelt. Aber ich finde es persönlich zu viel. Mir würde es reichen, wenn es weniger wäre, man dafür aber vielleicht mehr Geld bekommt. Fände ich cooler. Ansonsten habe ich gehört, dass es irgendwie noch Probleme mit dem Waffenbalancing gibt. Also Schwerter sind wohl relativ stark. LMG ist dafür relativ schwach. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ja gut, da kommt ein Patch raus, dann wird das gefixt und dann ist das wieder gut. Und ansonsten gibt es halt hier und da auch mal irgendwie so Sprünge in der Animation von Leuten, also dass sie sich kurz von einer Seite auf die nächste bewegen, ohne dass da eine flüssige Bewegung ist. Sowas passiert auch ab und zu mal. Gehört für mich zu einem Open-World-RPG einfach auch mit dazu. Klar fände ich es geil, wenn es komplett smooth wäre und es da keine Kanten und Ecken gäbe, aber ich bin da halt auch realistisch. So sind Open-World-Games in der Regel fast immer. Und ansonsten muss ich sagen, hatte ich keine Probleme und nichts, wo ich irgendwie was dran auszusetzen hatte. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und es hört sich jetzt zwar nach mehreren Bugs an oder mehr negativen Punkten, die ich aufgezählt habe im Vergleich zu den positiven Punkten, die ich aufgezählt habe. Was stimmt, aber diese negativen Punkte sind so klein und für mich so unbedeutend und diese positiven Punkte wiegen so extrem stark, dass mich das alles überhaupt nicht interessiert, was gerade nicht funktioniert oder nicht optimal ist, weil einfach das, was gut ist, so gut ist, also dass man das einfach erlebt haben muss. Finde ich. Das ist meine Meinung zum Spiel. Meine ungefilterte und meine frühe Meinung nach dem Prolog. Ich gehe davon aus, dass sich das nicht großartig ändert, wenn ich das Spiel spielen werde und bis zum Ende spielen werde und durchgespielt haben werde. Aber ja, nach dem Prolog, also alleine der Prolog ist ein reines Erlebnis. Also Popcorn, Kino und Achterbahnfahrt der Emotionen pur. Ja, ich wünsche allen, die noch nicht angefangen haben, viel, viel Spaß mit dem Spiel. Ihr habt einen geilen Ritt vor euch. Viel Spaß damit, alle, die sich überlegt haben, mal abzuwarten, was die Leute so sagen. Holt euch weitere Meinungen ein und entscheidet für euch selbst, welche Punkte euch wichtig sind und ob ihr Lust habt auf eine wirklich gut erzählte Story und euch das wichtiger ist, als ein perfekt poliertes Spiel. Wenn dem der Fall ist, glaube ich, seid ihr mit Cyberpunk definitiv an der richtigen Stelle. Wenn nicht, müsst ihr euch wirklich noch weiter informieren und vielleicht den ein oder anderen Patch auch erstmal abwarten. Das kann natürlich genauso gut sein, dass das die Lösung für euch ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch einen guten ersten Eindruck gegeben und euch meine Meinung zum Spiel gut vermittelt. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. hilft diesem Video und meinem Kanal extrem weiter. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, wir haben es tatsächlich gestern geschafft, die 30.000 Abos auf YouTube voll zu machen, bevor das Spiel released wurde. Ich hatte es vor ein paar Tagen auf Twitter schon gepostet, dass ich damit null gerechnet hatte, weil wir eine Woche vor dem Release auf 28.000 waren. Also richtig krass, was gerade auf YouTube abgegangen ist in den letzten anderthalb Wochen. Vielen, 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 vielen Dank für euer Interesse und euren krassen Support. Danke nochmal, an dieser Stelle. Und wenn ihr noch nicht mit dabei sein solltet, dann drückt doch den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall benachrichtigt werdet, wenn ich mein nächstes Video hochlade. Ansonsten seht ihr mich auch drüben auf Twitch im Livestream. Ich werde dort die Story weiterspielen. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut gerne vorbei. Ich bin auf Twitch nur unterwegs, weil YouTube mit Nacktheit ein Problem hat und ich das ganze Spiel unzensiert spiele. Also, wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch gerne vorbei, lasst auch da ein Follow da. Und ansonsten sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.